Hallo Minecraft-Freunde, weiter geht's in Pissthouse Survival und das muss ich noch mal umsetzen. Der Metos hat uns verboten, ihn zu ärgern und jetzt spielen wir verstecken. Voll, das war geil, oder weiter geht's in Katzenklo. Hallo. Wir spielen jetzt verstecken. Kalle, du musst dich verstecken. Aber ich darf mich nicht eimernen, hast du gesagt, ne? Ne, weil ich muss dich ja, warte mal, warte mal, ich geh mal zu Metos, wir gehen immer zu Metos und dann zählen wir von mir von 10 runter. Jetzt bin ich schon weg, haha. Achso, gut. Jetzt funktioniert's. So, die eine Seite zumindest. Da komm ich jetzt von Metos wieder zurück. Warte mal, warte mal. Guck mal, wo du bist. Da muss noch ein Holzkloss rein. Kalle, gibt's einen Spielmodus, der wie versteckt... Kalle, du hast ihn wieder eingebaut. So. Ah, das hat er schon vor der Aufnahme gemacht. Wie viel Koppel hast denn du und warum krieg ich das nicht abgezogen? Ah, das ist gut. Kalle, mein schönes Spielsack, ey. So, jetzt sollte hier, genau. Oh, das ist gut. So, das ändern wir auch ab. Kalle, wie viel Koppel hast denn du, bitte? Musstest du das denn schmelzen, oder was? Kalle. Was drackt ihr denn da? Guck, dass du dir aber als Aufnahme an, dann weißt du's. Ich guck nicht. So, du reichst. So. Oh, scheiß, ich hab nur noch 10 Koppel. Jetzt komm ich von oben. Ja, Leute, ich habe meinen Fehler gefunden. Du hast uns eingeladen. Ich hab nur noch 10 Koppel. Das war auch einer, ja. Oh, nein. So. Jetzt muss ich mich verstecken. Du musst zu Metos gehen und dann verstecke ich mich, okay? Nein. Oh, das war gut, ey. Warte, ich gehe zu Metos. Okay, jetzt sollte das komplette System funktionieren. Also, ich bin bei Metos. Jetzt ist es closed down unten. Und ich bin versteckt. Jetzt muss es closed down oben sein. Okay, dann komm ich wieder. Closed down oben, okay. Aber bitte nicht sneaken, ne? Und jetzt müssen wir nochmal unten rein, damit ich das designtechnisch so ein bisschen anpassen kann, ne? Und Kalle, das System, das ich hier baue, ne, das ist das, was du haben wolltest. Ja, ja. Ja, richtig gut, ne? Ne? Nur, dass du das mal weißt. Ich lass es ja nicht. Ich lass andere für mich arbeiten. Ich mach's halt richtig. Ich mach's halt so, wie es halt sein soll. Ich lass andere für mich arbeiten. Ist klar. So. Okay, ähm, das ist da weg. So, dann machen wir da. Machen wir da, machen wir da. Ähm, ähm. Was machen wir da rein? Ne, wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir machen die ganze Decke. Bin dabei, ich bin auf der Suche. Pass auf, bleibst du da drin oder nicht? Weil ich liege gerade extra, damit du mich nicht siehst. Äh, du, du musst nicht sneaken. Das ist ja egal, ob ich dich sehe oder nicht. Aber du haust dann nicht ab. Du bleibst da, wo du jetzt nicht versteckt hast, ja? Natürlich. Machen wir nämlich so. So. Dann brauchen wir uns da nämlich nicht viele Gedanken zu machen. Kann ja auch mal kurz aufhören zu sneaken. Dann machen wir nämlich in die Ecken hier. Da auch so Teile rein. Nichts gesehen. So. Was hast du gesehen? Nichts gesehen, habe ich gesagt. Ich habe ja auch noch nicht aufgehört, hast du noch nicht klar gesagt. So. So. Genau. So, das nehmen wir auch noch weg. Siehst du mich denn? So, und gleich nochmal wieder irgendwas kaputt gemacht. Ohne es zu merken, aber hey, wir gönnen uns ja sonst keinen Spaß. Aber Galle, das ist langweilig auf meinem Video, wenn ich jetzt hier drinnen stehe. So, das auch einsammeln. Du sagtest, da hinten ist Meter, das heißt, so weit weg bist du gar nicht. Allein euch beiden zuzuhören ist schon spannend. Ja, vor allem mein Video ist ja sehr spannend. Ich schaue hier Blöcke an. Na, Hauptsache du, nicht ich. Himmelswillen. So. Hier, das muss auch raus. Bist du denn? So. Ich hoffe, unsere Dioritblöcke reichen aus. Was ist denn die Diorit? Ist das mit U geschrieben oder mit V am Ende? Ups, da habe ich eine Schaltung kaputt gemacht. Äh, was am Ende? Mit T. Oh, warte, das muss ich gleich noch in Ordnung bringen. Die Schaltung ist wieder heile. Ha! Ich habe so eine Art Kalle gesehen. Wo ist es denn jetzt weg? Metus ist immer noch da. Ja, der ist immer noch da und der bleibt auch noch da. Jetzt ist die Kalle wieder da. So, da noch. Jetzt macht der Kalle. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawoll, so. Jetzt geht er. Dann machen wir da zu. Jetzt macht er wieder runter. Aber von außen. Der bounce da Kalle lang. Hallo, hast du mich? So, und irgendwo habe ich da jetzt eine Facke liegen gehabt. Hallo, Mensch. Die habe ich nur irgendwo abgebaut gehabt. Und, äh, ne? So. Okay. Jetzt checken wir das mal. Das heißt, jetzt müssten die Dioritblöcke, genau. Die Dioritblöcke oben. Hallee. Die Klaus-Dornblöcke nach oben. Okay, gut. Das funktioniert klapselt. Eine Straße, viele Beine. Jetzt müssen wir den Lichtschalter noch anbringen. Hallee. Aber wo bringen wir ihn an? Da hinten mit Sicherheit nicht. Wir machen mal weiter vorne. Ohne. So. Gehst du jetzt raus? So. Was? Ich bin im Pistenhaus, Kalle. Okay. So. Oh, das ist so lächerlich hier. Ich stehe fünf Minuten in diesem Heul. Mist. Scheiße. Wir entgleisieren. So, ich hoffe, das funktioniert noch. Nicht, dass ich hier den Knopf umsetze, dass hier, ne? Nein, nicht beim Baum gucken, Kalle. Das ist ganz kalt. Perfekt. Perfekt. Nein, äh, frost. So, jetzt brauchen wir nochmal eine rosa Wolle. Äh, machen wir das mal nach oben. Hier ist so. Warum glaubst du dir nicht? Das Essen ist sowieso völlig überbewertet. Das haben wir ja schon in, in, äh, Minecraft festgestellt. So. Dann. Gefriert, ruhig, Kalle. Dann, dann, dann. Dann, dann. So. Das war ich nicht. Nein, halt, nein. Ha, 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 schön. Ähm. Ah, nein. Wenn ich das mache, dann komme ich mit dem System ins Gehege. Kalle, komm, ich stehe jetzt hier fünf Minuten drin. Ich komme jetzt raus. Das sollte eigentlich schon so gehen. Ah, du wusstest schon, dass du da unten bist. Warum kommst denn du nicht? Ich probiere mal. So. Ähm. Wofür ist da eigentlich der Knopf? Halt, warte mal. Das ist doch der Knopf, den wir, den wir eigentlich, ähm, ne? Natürlich. Du hast dich auch eingebaut. Du hast dich beim nächsten Mal. Du gehst jetzt zu, genau, du gehst jetzt zu Metos. Komm, ich versteck mich jetzt. So. Und da zähle ich runter. Oder du schreist einfach, wenn du dich versteckt hast. Dann machen wir hier jetzt den Knopf dran. Genau. Da hatten wir noch einen Knopf. So, ich bin jetzt ungefähr beim Metos. Äh. Hallo, versteck mich. Warte, sofort. Licht ist aus. Kalle, komm mal her. Ich habe das System fertig. Tut mir leid, ich verstehe mich gerade. Ich habe es möglich gemacht, was das letzte Mal nicht ging. Ja, das hätte ich auch hinbekommen. Jetzt komm doch mal her. Nein. Ja, Kalle, komm zu Metos. Nein, guck dir das bitte mal an. Hier. Ja, gleich. Ich habe das hingekriegt. Keine Sau interessiert es dir. Mir, das willst du Kalle mitsuchen. Was, Kalle suchen? Ja, wir spielen verstecken. Ihr versteht, äh, ihr spielt verstecken. Ihr sollt hier mit bauen. Nein, du baust doch schon. Kalle, hast du dich nun mal versteckt? Warte. Oh, meine Güte. Ja, hier ist gerade noch ein Zombie, warte. So. Ein Zombie. Der ist draußen. So, ich habe mich versteckt. Ja, er ist draußen, Jammer. So, Metos, du kannst ja mitsuchen, wenn du willst. Jammer, der ist draußen. Niemals ist der draußen. Aber so lange wie es gedauert hat, schätze ich mal, dass der hier in der Mob-Farm oder was ist es. So, gucken wir doch mal. Ähm, okay. Das ist zu ziemlich, das, wo ich mir denke, dass man da am längsten braucht, um hinzukommen. Moment. Ich sehe dich. Wir sind ja alles voller Bops. Als ob ich da drin bin. Was denkst du denn? Dann suchen wir mal Kalle. Nein, Metos, Mob-Form ist er nicht. Ähm. Ja. Und versuch, was alle machen. Nein, nein. Nicht ins Wasser. Oh, ich wollte jetzt mal. Metos, renn das mal raus. Also hier vorne ist er auf jeden Fall irgendwo. Nee, ich bin im Pistenhaus. Oh, ihr armer Alter. Ich schwindel nicht. Warte. Eine. Oh, ist das gut. Ja, das ist ein voll schönes Spiel. Metos, ist das dein Name hier drüben? Warte mal, hier liegen Steine. Ich sneak, ich sneak. Das macht eigentlich voll Spaß, nur ab einem gewissen, weil ich muss nicht sneaken. Von das Behindertes einfach wirklich bei dir weiß man nicht, wo du hinguckst, weil dein Gesicht dann überall ist. Genau. Nein, das ist Metos. Metos, Mensch. Hier liegen überall ein Koppel. Hallo, warum sneaks du? Das sehe ich das ja nicht. Der ist hier irgendwo auf der Ecke, Yammer. Ist das geil. Ist das geil. Er hat einen Unsichtbarkeitsdrang. Der ist hier auf der Ecke irgendwo. Als ob. Irgendwas hat der. Bin ich unsichtbar. Ich sneak einfach nur. Ich habe eine schöne Idee fürs nächste Mal verstecken, wo ich mich verstecke. Aber da ist keiner nicht. Wenn ich jetzt sage, dann ist da keiner. Das Problem ist, Yammer, ich sehe dich die ganze Zeit. Ich habe gesehen, wo du gerade reingegangen bist und das gesagt hast. In die Schaltung von V-Pains Baumfarm. Ja, dann guck doch mal, ob ich wirklich so blöd bin und sage, ich weiß wohl, wie ich mich jetzt nicht mehr verstecke und bin dann dort. Du wirst ja das nächste Mal sehen. Und wenn ich es vorhatte, dann war das jetzt dumm von dir, dass du es gesagt hast. Metters, wo ist denn der? Das ist ein Schlawiner. Bist du unterm Pistenhaus oder eben? Nein. Das ist so easy eigentlich. Ja, wenn man es weiß, es ist easy. Ja. Kalle, bist du dort oben und hockst dort? Du Schwein. Hallo. Ich hätte mich ja totgesucht. Das kommt bei der Oven. Warte. Oh, du Schwein. Da hat er sich hochgebaut. Was denkst du, warum das kommt? Das hätte ich ewig suchen können. Jetzt machen wir erst eine Schaltung und dann verstecke ich dich. Überleg das, Metters. Ich habe dich die ganze Zeit hier an der Fühne aufhaben gesehen. Du hättest aber nur hochgucken müssen, hättest mich sofort auch ums Liegen gesehen. Metters, guck dich um. So, jetzt gehen wir schnell, Metters. Ja, kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Und dann verstecke ich mich, okay? Das System, das wir das letzte Mal nicht zum Laufen gekriegt haben, weil das nicht so gepasst hatte, habe ich zum Laufen gebracht, Kalle. Kannst du hier Knopf drücken? Komm her. Ich habe ihn eingekriegt. Komm her, Kalle. Hier, warte, kannst du Knopf drücken. So. So wolltest du das doch, oder? Hat vor allem einen kleinen Sprungskopeffekt. Ja. Ich habe das nämlich jetzt hier ausgetüftelt. Ja, Kalle, du musst jetzt bei Metters bleiben und ich muss mich verstecken. Ja, ich bin bei Metters. Ja, und da fragen meine Zuschauer mich immer, äh, wann hast du mal wieder ein Tüftel-Video? Dabei habe ich gerade hier getüftelt. Ne? Das will ich mal festhalten. Das ist voll getüftelt hier. Zwei Folgen lang. So, gemerkt. Also, ihr habt zwei Folgen lang Tüftelspaß. Genau. Mit, mit, warte, das hatten wir dieses Video noch gar nicht. So, wir müssen, wir müssen das Zimmer noch einrichten. Hör auf damit. Wir müssen das Zimmer da noch einrichten hier. Ne, irgendwas, was, was, äh, hier machen wir, mach mal hier, weil das ist, ist das so ein geheimer Raum. Da machen wir hier so, so teure Öl-Gemälde machen wir hier rein. Ne? Das sind ganz teure, ganz teure Öl-Gemälde. Ey, Kalle, ne, mach wieder hin. Ey, das ist sogar schöner. Ähm, okay. Ich bin auf dem Weg. So, mach mal hier das Licht aus. Machen wir den Kamin zu. Das wäre jetzt der Hammer gewesen, wenn das dafür jetzt nicht mehr gegangen wäre. So, dann mach mal hier das Licht aus. Deine blöde Frage, weißt du, wo ich bin? Nö. Ja. Ja, gut, es bleibt trotzdem hell wegen dem Feuer, ne, ist klar, aber das macht ja nichts. Ja, klar. Also, du dich jetzt hier versteckst, aber ich, ich bin mir das egal. Und dann hier, Tür zu, zack. Ich leuchte jetzt auf mein Mikrofon. Wohnzimmer so gut wie fertig. Hey, das ist ja eben drin, braun. Und mit so einem schwarzen Knüppel und hinten das Begabel am schwarzen Knüppel. Ne, warte mal, wir können... Ui. Wir haben ja nicht mehr reingeguckt. Wir können vielleicht bei dem Raum vielleicht schon mal... Eine Schattenmolle vom Reinbeißen. ...versteckte Regale noch machen oder so. Hier so versteckte Truhen dahinter. Und dass dann die beiden Böcke runterfahren und die nach hinten gezogen werden. Aber dann müssten wir hier drumherum bauen, weil das würde schon ein bisschen rausgehen. Oder, warte mal, ich will mal hinten gucken. Ne, da haben wir gar nicht genug Platz. Ne, 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 das haut nicht hin. Hier können wir es vielleicht machen. Hier, und hier können wir es machen. Das heißt, das heißt, das heißt, hier baut mir hoffentlich keiner zu. Aber wir haben ja so viel Platz hier. Ne, überall. Oh, dieses Schiffthalten wird langsam nervig irgendwie. Ich bin da mal überlegen. Ne, wir machen das nur auf einer Seite. Und zwar, weil sonst ist das so komisch asymmetrisch, wenn man in den Raum reinkommt. Nein, wir machen das hier. Asymmetrisch. Hier machen wir das hin. Das heißt, diese Blöcke hier, diese Koppelblöcke, die lassen wir nach unten ziehen. Und diese vier, die lassen wir so zwei Block nach hinten ziehen. Sodass dann dadurch so ein, nee, warte mal. Eigentlich brauchen wir nur hier diese zwei Block nach hinten ziehen lassen. Und dann ist eine Truhe offen. Genau, und hier... Wo könnte denn es sein? Genau. So machen wir das. Ich darf das nur nicht vergessen, sonst komme ich wieder auf andere Ideen. Das ist von Goblet zum Mars, ne? Das ist von Goblet zum Mars, ne? Kann sein. So. So. Ich habe mir da jetzt gerade nicht so wirklich gedacht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Doppeltrunken konnte ich da hinmachen. Zwei, ne? Oder waren das drei? Sehen wir gleich. Eins, zwei, drei gehen hier hin. Müssen wir so hinstellen, dass das dann hinterher... Pika, pika. So. Müssen wir noch eine machen. Na, 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 na. Da, 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 na, na. Ja, man muss nächste Folge Eisen fahren gehen, weil wir brauchen mehr Pistons. Nein, Kalle muss mich vor allem erst mal finden. So, ähm. Oder warte mal, wie viel Eisen haben wir denn hier? Kalle, wie weit bist du, du? Gar kein Eisen. Sehe ich dich überhaupt? Kalle, ich sehe dich nicht. Wo bist du? Was wollte ich jetzt? Genau. Ich wollte noch eine Doppeltruhe machen. Genau. Kalle, find mich! Batman! Bin auf dem Weg. Das wird auch so geil. Wenn die neue Version raus ist und die Drohnen dann so, 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 ne? Ich meine jetzt nicht nur die Drohnen, sondern generell mit dem Crafting-System. Das kann man dir dann automatisch craften. Weißt du, was viel, viel cooler wäre, wenn es endlich eine Modding-RPI gäbe, wo man dann einfach mit Mods bauen kann und die Leute sehen das dann und können das trotzdem benutzen? Äh, ja. Ich glaube, die haben sie längst wieder verworfen, die Modding-RPI. Ich glaube, hab ich nicht. Denke ich. Du bist aber nicht unterm Pistenhaus, ne? Nein, ich bin im Pistenhaus. Also, Jammer, ich denke, die haben den Plan verworfen, seit Microsoft das hat. Weißt du? Nee, denke ich nicht. Ich wüsste nicht, warum. Na, weil Microsoft das nicht will. Äh, du bist im Pistenhaus. Naja, es ist halt Microsoft, ne? Nö, ich, ich, ich halte deine Argumentation nicht für stichhaltig. Okay, ähm, das reicht auch für diese Folge. Nein, 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 nein. Nein, 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 der Kalle braucht dich jetzt nicht mehr finden. Und wie? Das ist zu spät. Doch, doch, ich muss. Doch. Zu spät. Nein. Ja, wir haben keine Mutter aufnehmen. Der findet dich ja sowieso nicht. Ja, dann nehme ich und mit Kalle alleine weiter auf. Auf jeden Fall. Der findet dich doch sowieso nicht. Warte mal. Du. Ähm. Hä? Aha. Äh. Metos hat gerade irgendein Wort gesagt. Metos, wiederhol noch mal die letzten zwei Sätze, bitte. Hä? Aha. War das letzte, was ich gesagt habe. Nein, nein, die letzten beiden Sätze. Äh, weiß ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich die Folge beenden. Da kannst du doch. Da gibt es bei uns exclusive Content. So, mal gucken. Ja. Ich bin richtig. Da oben ist er. Haha, Kalle. Haha, hahaha, gefunden. Okay. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und Küttenklo. Bisiii. Vielen Dank.